Das folgende Stück ist die Situation, man könnte sagen, vielleicht sogar die typische Freitag-Abend-Situation. Sie haben sich vielleicht was vorgenommen für diesen Freitag, die ganze Woche war ziemlich anstrengend und jetzt soll es an diesem Freitag wie auch immer passieren. Und Sie wissen schon, was Sie anziehen und Sie wissen auch, wo Sie hingehen. Und genau das ist meistens der Fehler, denn eigentlich immer dann, wenn man sich was vornimmt, passiert es eigentlich gar nicht. Das Stück heißt Ready or Not. It's Friday night Skipping a heartbeat or two In a circus pantomime Waiting for one perfect cue Going into old time But you've arranged it all right Ready or not It's Friday night It really is such a pity A flash within the fan Like the ghost in a bomb You're just washed off in the sand I do wish for banking Or simply out of need 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 And that's how it goes And that's how it goes Friday night Friday night Belongs to you Close up you hide what you seek Close up you hide what you seek Your face is a disguise Up front there's someone to meet As you open up your eyes And that's how it goes You can call the kleflon Like the black man And that's how it goes Musik Musik It really is such a pity A flash within a plan Like a ghost in a bottle You're just washed out With a sand Are you wishful thinking Or simply out of free That's how it goes Friday night Belongs to you Close up you hide what you see Your face is a disguise A friend and someone to be As you open up your eyes To you Ready You're amazing Alright You are aääääääb Die One Two Things If I Like Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020